Hollero allerseits, Nagi hier. Na, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, vielleicht habt ihr es gemerkt, aber ich hab heute meinen ersten Livestream auf YouTube hingelegt, nachdem es da einige technische Schwierigkeiten gab. Hier nochmal vielen Dank an Kollege Lloyd für die Hilfe. Und ja, ich hab mich da nicht umsonst versucht reinzufuchsen. Ich hab nämlich vor, am 16. Februar einen Livestream zu machen. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht auch nicht. Ab dem 16. Februar mache ich schon 7 Jahre Let's Plays. Eine verdammt lange Zeit, kaum zu glauben, wo ist die Zeit bloß geblieben. Und zu diesem Anlass wollte ich einen Livestream machen, am 16.02. um Punkt 19 Uhr. Ich kann auch nicht genau sagen, wie lange der Livestream wird, aber ich denke mal so 2 Stunden sicherlich. Weitere Informationen findet ihr dann in der Videobeschreibung, also wo ihr den Stream findet und so. Ich werde das hier auf YouTube alles machen. Ansonsten gibt's da nicht mehr viel zu sagen. Wäre schön, wenn ihr reinschaut. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen, wenn ihr dann da seid am Stream. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann wäre es doch schön, wenn das eine ganz kleine nette Aktion wird. Wo wir ein bisschen zusammen Spaß haben können. Also dann, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, macht's gut und tschüss.